Sie hören den Artikel Stiefelknecht aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 25. September 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Ein Stiefelknecht ist ein Hilfsmittel zum leichteren und zugleich schonenden Ausziehen von Stiefeln, die sich mangels eines Schuhverschlusses in Klammern Schnürung, Reißverschluss etc. nicht öffnen lassen und deshalb schwierig vom Fuß zu streifen sind. Stiefelknechte können auch zum Ausziehen von Halbschuhen verwendet werden, was für bewegungsbehinderte Menschen hilfreich ist. Die Namensgebung ist auf einen Bediensteten zurückzuführen, der in früheren Zeiten beim Ausziehen der Stiefel behilflich war. Bauart Der Stiefelknecht ist für gewöhnlich ein mit einem U-förmigen Einschnitt versehenes, leicht schräg aufgestelltes Holzbrett, in das der am Fuß befindliche Stiefel mit der Ferse zum Ausziehen eingeführt wird. Mit dem anderen Fuß wird dann auf das Brett ein Gegendruck ausgeübt, während gleichzeitig der im Brett fixierte Stiefel durch Zug des Beins vom Fuß gestreift wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Zug nicht zu stark ausgeübt wird, weil sonst der Absatz abreißen kann. Es gibt auch Stiefelknechte, die zugleich den Vorderschuh abstützen, in Klammern angelsächsische Modelle. Dementsprechend wird der Stiefel in Knöchelhöhe seitlich in die Aussparung eines solchen Holzbretts eingeführt. Aufgrund der einfachen geometrischen Gestaltung dieses Hilfsmittels zum Stiefel ausziehen, dienen Stiefelknechte mit Aufdruck auch als Werbeträger oder werden künstlerisch verfremdet, zum Beispiel in Form eines stilisierten Stierkopfes, der zum Ausziehen der Stiefel das Fersenstück des Stiefels zwischen die Hörnern nimmt. Sie hörten den Artikel Stiefelknecht, gesprochen am 25. September 2013 von Max Langkau mit dem Benutzernamen Mad Maxien. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash stiefelknecht. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der cc-py-sa 3.0 unported, sowie der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.